Morgen gibt es eine Parade. Vom Brandenburger Tor die ganze Wilhelmstraße runter. Die Kontrollpunkte entlang der Strecke werden alle offen sein. Du kannst direkt durch den russischen Sektor nach Kreuzburg gehen. Dort wird uns dann treffen. Warum muss das so kompliziert sein? Es gibt von hier keinen direkten Weg in den amerikanischen Sektor. Entweder du machst es so oder du gehst durch alle britischen Kontrollpunkte. Die werden dich dann direkt an Müller ausliefern. Emil, sieh mal wie oft ich umgezogen bin. Und sie haben mich immer gefunden. Was meinst du, Paul, was das bedeutet? Und Hauptmann Teile persönlich wird uns in Kreuzberg treffen. Ja. Ich musste deine Größe schützen. Du hast sehr viel abgenommen. Wenn ich nicht danke dir. Für das, was du getan hast. Mir zu helfen, mich zu verstecken. Und dabei vielleicht selbst gefasst zu werden. Nicht jeder hätte das getan. Wie kannst du dir so sicher sein? Du musst was essen. Ich verliere noch meinen Verstand. Jeden Tag dieselbe verdammte Luftabend. Ich muss hier raus. Lass uns einen Spaziergang machen. Nein. Auf keinen Fall. Nur eine halbe Stunde über die Friedrichstraße. Wir können doch unmöglich jeden beobachten. Die Amerikaner haben Bettmann. Die Lügen, die er erzählen wird. Es ist absurd, dass ihm jemand glauben könnte. Ich bin Franz Bettmann. Ein weltberühmter Wissenschaftler. Diese furchtbaren Taten, die begangen wurden, das war nicht ich. Das war die SS. Ich. Ich wusste von nichts. Jeder denkt an sich. Warum nicht auch du? Die Welt muss die Wahrheit erfahren. Was wirklich passiert ist. Das ist die einzige Chance, die wir haben. Wir müssen gerade stehen für das, was wir getan haben. Jeder einzelne von uns. Ich habe versprochen, dir zu helfen. Und das werde ich auch. Für die Zukunft. Für Deutschland. Wir haben es bald geschafft. Wir haben es bald geschafft. Noah, weißt du, dass du Geist mal vertrauen kannst? Er könnte uns in die Quere kommen und alles kaputt machen. So wie Tully. Dann wärst du ihn gehen, wie Tully. Dann war's. Jetzt wieder. Herr bleibt dir. Dürfen.